Ich möchte eine Taskforce der gefährlichsten Menschen auf dem Planeten zusammenstellen. Sie meinen die Bösen? Die Bösesten der Bösen. Und wenn irgendwas schiefläuft, geben wir ihnen die Schuld. Ist das hier ein Cheerleader-Casting? Das ist der Deal. Ihr geht an einen sehr üblen Ort und tut etwas, wobei ihr drauf geht. Mal im Ernst. Was verdammt ist mit euch los? Wir sind die Bösen. Wir tun sowas. Was sagt sie? Sie sagt, sie will dir wehtun. Wann hat sie das gesagt?